ARD Text im Auftrag von Funk Der Messer dich What?! Was?! Was?! Kannst du den Messern sollen? Fuck! Kann das mal bitte jemand auf Twitch klippen bitte? Bitte Kanto mach schnell Ich verschwende schon wieder zu viel Zeit hier dumm rumzustehen und nichts zu machen Das kannst du auch mal klippen Eddie Oh jetzt rushen sie mich Da hat dieses Gamer noch Spaß gemacht Da war die Community noch nicht so behindert Heute ist ja gefühlt jeder in den Trials für irgendwelche Pro League Teams Nächste Schüttere Nächste Schüttere Nächste Schüttere Warleg Activated Nächste Schüttere Ja Bro no shit Ich klipp das alter Anfänger Waaaargh Waaargh Waaaargh Junge Waaaargh Reicht doch auch irgendwann mal. Ich hab doch auch sowas wie eine Stamina. Warum hat er sowas nicht? Mir geht's gut. Ich hab nur mein Kopf in was gedruckt. Aber was bringt das? Sollen wir das helfen gegen diese Hände oder was? Oder ist das einfach nur ein Style-Faktor? Ey, ey, seid ihr behindert? Ich rück mich doch nicht so, Mann. Was soll denn die Scheiße jetzt? Das ist ein verficktes Huch in so ein Kind, Alter. So eine hässliche Missgeburt, ne, Alter? Nicht mal der Hund wollte mit dir spielen. Nicht mal der verfickte Köter wollte mit dir spielen. Du hässliche Scheißgeburt mit deinem einen Auge da, ey. Ja, stoppt noch mehr. Ja, natürlich. Nein, Jungs, hört doch auf. Fick den Missburten. Junge. Ist doch nicht mehr wahr, ey. Alter, auf letzter Rille, Eddie. Ey, Eddie. Auf letzter Rille. Also ich hab halt wirklich gedacht, ich sterb wieder an dem. Aber wir können jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten. Ich hab das Spiel ja damals mitentwickelt, was die wenigsten wissen. Und, äh, ich wollt einfach so ein bisschen den Spannungsbogen hochhalten. Ähm, deswegen mach ich halt in vielen Spielen einfach auf Unwissend und, äh, auf Noob im Prinzip. Ihr könnt quasi sagen, ich hab alle Spiele auf der Welt mitentwickelt. Und, äh, deswegen kenn ich natürlich alle Wege, alle Endziele. Und, ähm, aber ich möchte natürlich, dass die Leute sich auch gut fühlen, dass sie sich unterhalten fühlen. Und, ähm, deswegen, ähm, abgehoben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Danke, Eddie, ey. Oh, Gott, vielleicht stirbt's. Ey, Wifu, du bist deine Missgeburt, ne? Ey, Wifu, hör bitte auf, Alter, ich sterbe wirklich. Ich hab eh wenigstens eine Sache besser als ihr beide. Und zwar den Pink. Wow. Ja. Ich war grad am Trinken, ich musste lachen. So, Jungs, jetzt ein Win. Ah! Und er fährt nicht zum Kick-Off, ich krieg' ein Kind. Oh, er macht nicht, schade. Das ist aber ne coolere Welt. Ich hab mal hin von einem Stoß und ihr. Doch, mir geht einfach gar nicht. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Warte, 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 ich bin die Schlange. Warte, 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 ey, 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 ey. Hi, na? Es geht ab. Zabau. Das muss doch ein Karma-Ding sein. Das ist wirklich... Warte, das muss ich mal eben klippen, ey. Hehehe Willst du mich jetzt verarschen? Hallo! Alter, du fettes Stück Kot, ne? Ey, ist doch ein Witz, ey. Oh mein Gott, ich war der Letzte! Oh! Hast du das geschafft, Clay? Nein. BPA, Red Dead Redemption, Aim Lab... Ja, ist okay, Eddy, wir haben es verstanden. Ja, Aim Lab, bestes Spiel. Aim Lab? Ich spiele das Key. Ich habe irgendwas angehebt. Hehehehe! Trottel, Alter! Er macht doch original Lucky Lucky, ey. Ey, dass er eine 50 Milliarden Kombination einfach macht, ne? Ist doch genauso zum... Gott sei Dank. Als ob die doch Muren so'n... ...unendlich Ausdauer hat, ey. Muss ich mich etwa da vorbeisneaken und dann da hoch? Ich mach das jetzt einfach, wenn es falsch ist, ja mein Gott. Ich drück immer so fest meine Taste, ne? Achso, die nächste Tastatur... Na moin. Die nächste Maus, die ich mir kaufe, wird weiß. Damit man die Sperma-Flecken drauf nicht mehr sieht, oder was? Genau, nein, Digga, einfach weil die weiße Tastatur gefallen mir irgendwie. Ähm, egal. Mäuse. Du bist so'n dummer Hund, ey. Meine nächste Maus, wie weiß es warum? Ich mag einfach weil sie... Ich hab das mal getippt, Uwe. Ich hab nichts. Ah, ich seh nix mehr. Alter. Oh mein Gott, Alter. Meine nächste Maus, wie weiß, warum ich mag weiße Tastatur. Alter, nee, Pause. Ich kann nicht mehr, Kevin. So, okay, warte, ich versuch's jetzt noch mal. Meine nächste, meine nächste Maus... Meine nächste Maus, wie weiß, warum? Jo, ich mag weiße Tastaturen. Oh, ich kack ab, Kevin, Alter. Egal, ich schau dir nicht. Oh, Mann, ey. Oh, Scheiß, ich hab Tränen in die Augen, Alter. Oh, Scheiß, ich hab Tränen in die Augen, Alter. Ich hab Tränen in die Augen. Und dann war mir das, weil ich auch ein und wie sie hab. Ich hab mir' mit mir vor. Vielen Dank.